Hallo. Hey, mein Name ist Theo. Ich mache seit fünf Jahren YouTube, in denen es sehr verrückt hergeht. Egal, wie extrem es auch ist, für einen guten Witz ist mir nichts zu schade. Doch heute bin ich hier, um es mal so richtig krachen zu lassen und das mit guten Mützen hoffentlich. Aber welches Witzethema haben wir denn heute? Was ist es, Volki? Versaute Witze? Oh ja. Okay, los geht's. Yahoo! Was ist der Unterschied zwischen einem Schnellzug und einem Penis? Naja, versuch halt mal einen Schnellzug mit Blasen zum Stehen zu bringen. Okay, da war jetzt nicht so gut. Was ist das Motto einer Domina? Was ihn nicht umbringt, macht ihn härter. Was ist ein Macho? Ein Mann, der sich einen blasen lässt und danach fragt, na, wie war ich? Und was ist ein Obermacho? Ein Mann, der sich einen blasen lässt, aber keinen hoch bekommt und dann fragt, Passiert dir sowas öfter? Ich würde das eher losern. Sagt der Student zum Professor. Entschuldigung, ich kann die Klausur nicht mitschreiben, weil ich bin doch sexuell ermüdet. Sagt der Professor. Mann, schreib halt mit der anderen Hand. Excellent! Ich habe heute einem Mädel meinen Regenschirm ausgeliehen. Das bringt die Zahl der Mädels, die dieses Jahr wegen mir feucht werden, auf minus eins. Oh, war der schlecht. Eine richtige Frau macht den Penis hart und nicht das Leben. Ein richtiger Mann macht das Höschen feucht und nicht die Augen. Wow, das ist voller Tanderspruch. Die Würde eines Mannes ist unten tastbar. Hä? Hä? Entweder vögeln die Nachbarn schon wieder oder sie haben neue Seehunde. Micha, was sind denn das für Witze, Mann? Aber das Gute ist, ich darf sogar einen Witz erzählen, steht hier im Drehbuch, deswegen mache ich jetzt noch einen eigenen. Ich habe mal voll lachen müssen, wegen dem Witz ich hoffe, ich bekomme den hin. Superman fliegt so über Metropolis, denkt sich nichts Böses, plötzlich sieht er dann auf dem Hochhaus, Wonder Woman, splitterfasernackt da liegen, wie sie sich gerade sonnen. Er wird so ein bisschen rattig, kommt auf diese Idee, hey, ich kann mich doch in Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ich könnte auch runterflitzen, 2-3000 Stöße machen und davonflitzen, bevor sie was merkt. Er beschließt es zu machen, er schießt runter, rammelt ganz schnell, haut wieder ab und das Ganze in einer hundertstel Sekunde nur. Verwundert richtet sich Wonder Woman auf und sagt, Alter, was war denn das jetzt gerade? Sagt der unsichtbare Mann auf ihr, keine Ahnung, aber mein Arsch brennt wie ein Ofen. Dann machen wir mal lieber ganz schnell weiter wollen, ja. So, das war's, vergesst auf keinen Fall unsere scheiß Kanäle zu abonnieren. Masterchamps-Kanal findet ihr hier, meine findet ihr dort. Obwohl, so wie ich mich erkenne, ist der gerade eher auf meinem Gesicht positioniert. Ich hoffe, die Folge war lustig, wenn nicht, dann tut es mir auf alle Fälle leid. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und dann sieht man sich hoffentlich bald wieder. Bis dann, juhu. Ciao, ciao, Nikolaus, Wolki.